Was ist ein Teich? Das ist ein Teich, das ist ein Teich. Es ist ja traumhaft schön hier. Viel Spaß beim Fotografieren. Danke, Beifahrt. Danke. Traumhaft schön. Traumhaft schön. Traumhaft schön. Traumhaft schön. Oh! Traumhaft schön. 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 Traumhaft. Traumhaft municipen. Heil. Traumhaft. Oh, das sieht ja schön aus mit den Bäumen. Interessant. 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 Bitte nicht füttern. Ich finde die Natur hier schon so schön, deswegen bin ich hier mal rumgegangen. Boah, ist ja herrlich hier. Oh, ist das Traum oft schon. Oh, nee, ne? Die muss noch mit drauf. Das ist ja hier traumhaft schön. In der Mühle. Das wusste ich gar nicht. Oh, nee. Alte Mühle heißt das Ding. Da ist ein Parkplatz. Das ist ein Traum. Wie kann man da rumgehen? Oh, mein Ufer, die schöne Ecken. Was ist das denn? Oh. Traumhaft schön. Die Porkwindmühle in. Die. 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 Das ist ein Schöpfer. Okay, das ist ein Bild. Das ist die Kaststätte, da wollte ich jetzt nicht hin, aber hübsch gemacht hier. So ähnlich war das doch auch in Holland, wo wir waren. Ist das hübsch. Gott sei Dank, das ist hier verboten. Jetzt will ich hier auch noch rumfahren. Oh, das ist jetzt so krank. Da kann man sich noch den ganzen Tag aufhalten. Ich will erst mal den Kleinen sehen. Kann man den Großen nicht machen. Ich will erst mal den Kleinen. Kleefeld. Oh, ist das schön hier. Boah, hier wieder diese Enten. Traumhaft schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Oh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.